As-salamu alaykum, marhaban und guten Tag an euch allen, meine liebe Freunde und Geschwister. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt fleißig geübt, sodass wir mit unserer neuen Folge starten können. Heute lernen wir den Genitiv, den man mit Wessen fragt und der Mejrur ist. Also am Ende einen Kesra hat. Der Mejrur hat, hat am Ende einen Kesra. Wenn er Singular ist, einen Ja und Nun, am Ende bekommt er, wenn er Dual ist oder Plural ist. Natürlich gibt es bei den beiden einen Unterschied, den wir bei den Beispielen merken werden. Dann gehen wir dann direkt zu den Beispielen und fangen mit dem Beispiel Beabul Fitneti Meksurun. Als erstes will ich euch sagen, dass diese Beispiele vielleicht ein wenig nicht mit der Realität oder passend sind. Aber man lernt die arabische Sprache von den Leuten, die früher gelebt haben. Meistens von der Jahilizid, also von der Zeit vor dem Islam und in der Zeit des Islams. Weil dort war deren Sprache die korrekteste, die war fehlerfrei. Und genau dann, wo sich dann der Islam verbreitet hat und Ausländer die arabische Sprache gelernt haben, hat es angefangen Fehler zu geben, Mangelheiten zu geben. Doch davor war es so perfekt, dass jedes Wort meistens einen Sinn hat, einen eigenen Sinn. Wie zum Beispiel hier. Beabul Fitneti Meksurun. Beab heißt die Tür. Fitna könnte mir sowas wie Unheil übersetzen und Meksur zerbrochen. Die Tür der schweren Prüfung oder des Unheils ist zerbrochen. Beab ist Mubtada, was wir im ganz ersten Unterricht gelernt haben. Und der ist Marfu'a. Also Mubtada Marfu'a. Also am Ende hat er ein Dhamma, Babu. El Fitneti ist Mudauf-Ileyh, der Mejrur ist. El Fitneti hat ein Kessler hinten und ist Mudauf-Ileyh, der Dativ sozusagen. Meksurun ist Khabar, Marfu'a. Die meisten Herrscher in der Geschichte hatten weltliche Absichten, damit sie auf dem Thron sitzen. Anstatt gerecht zu regieren, haben sie nach ihren Vorteilen gesucht. Einer dagegen war nicht so. Und das war Omar, radiallahu anh, gesegnet soll er sein, der zweite Khalif. Und man sagte, dass er diese Tür sei. So eine Gerechtigkeit hatte er. Und achtet auf den Begriff Meksur, also gebrochen. Was denkt ihr, was der Unterschied zwischen gebrochen und geöffnet ist? Die Antwort ist, wenn man öffnen sagen würde, und das ist hier die Schönheit dieser Sprache, wenn man öffnen sagen würde, könnte man es ganz normal wieder schließen. Doch zerbrochen bedeutet, dass sie offen bleibt und nie wieder geschlossen wird. Es ist einfach unglaublich, wie man früher nach jedem passenden Wort gesucht hat. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Birrul Walidaini, Jude Khilu Kel Jannah. Das Pflegen der Eltern lässt sich das Paradies eintreten. Birr ist Mubtade Marfu'a, also Birru. Al Walidaini, und hier haben wir gesehen, dass wir Ja und Nun hinzugefügt haben. Der Ja hatten Sukun, und der Nun hat ein Kesra. Dey, Ni. Al Walidaini ist dual, die beiden Eltern. Und so ist der Mejrur mit Ja. Egal, ob man gläubig ist oder nicht. Seine Eltern gut zu pflegen ist was Natürliches. Und was in Europa vor allem fast nicht mehr zu finden ist. Man sollte nachdenken, dass wie man andere behandelt, genauso später behandelt wird. Es ist nicht schwer, seine Eltern täglich wenigstens nur ein Lächeln zu schenken. Und hier habe ich nur eigentlich die beiden Hauptbausteine Arab gemacht, also euch erklärt. Und das andere kommt, Inshallah, in einem anderen Video. Dann gehen wir zum nächsten Beispiel. Und achte auf den Unterschied zwischen dem Ja im Dual und im Plural. Hier, den Ja lesen wir nicht. Dafür verlängern wir den Buchstaben davor. Und den Nun haben wir ein Fetha gegeben. Beim Dual haben wir ein Kesra gegeben. Und so kommen wir zum vorletzten Satz, Inshallah. Dieses Beispiel habe ich vom Koran geholt, weil ich es passend fand. Und seine beiden Augen wurden weiß. Und diese Geschichte ist dann eben in der Zeit von Yusuf a.s. passiert. Mit Jaqub a.s. seinem Vater. Dass Jaqub a.s. war, weil er traurig war um seinen Sohn Yusuf a.s. so sehr geweint hat, dass er blind geworden ist. Und seine beiden Augen wurden weiß. Ibiaddat wurde weiß. Aina, also Aina, wenn wir den H weg machen. Beiden Augen, Fa'al Marfu' und sein Zeichen ist der Elif, weil es Dual ist. Aina, der Elif am Ende. Und eigentlich ist es Ainaan. Und hier ist der Grund, warum ich das hier nochmal erwähnt habe. Oder diesen Beispiel gesucht habe. Ainaan ist das eigentlich, aber weil der Mudaf Ileyh als Pronom am Wort hängt, hat man es gelöscht. Vergiss das bitte nicht. Also kommt ein Pronomen, geht der nun weg. Hu ist dann eben wie schon gesagt, Damir, Fimahal, also im Platz von Mudaf Ileyh. Hier haben wir dann den Mudaf, den Dativ, so als Pronomen gesehen. Und jetzt das letzte Beispiel. Jetzt gut achten bitte. Denn das könnte schwierig sein. Der Geliebte des Gesandten Allahs. Hier hat man zwei Mudaf Ileyh. Zaid ist hier Mudaf Ileyh, Harithati ist Mudaf Ileyh, Mejrur. Mit Kesra, weil es Singular ist. Sohn von Haritha. Natürlich habe ich hier nur eins erklärt. Nicht, dass wir nochmal durcheinander kommen. Und somit sind wir fertig. Jetzt zu den Übungen. Finde in den kommenden Sätzen den Mudaf Ileyh und sag mir, was sein Zeichen ist. La tu shahid kuratel qademi. Was wir heutzutage nicht mal machen können. Gucke nicht, Fußball. Die Menschen werden den Engel des Todes sehen. Die Zeichen eines Heuschlers sind drei. Ich sehe das Licht des Mondes. Und hier kann auch Kamar vielleicht ein Mädchen sein. Die beste Heirat ist die einfachste Heirat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder mal vorbei. Abonniert unseren Kanal. Teilt ihn. Schreibt uns eure Meinung. Und mit salam. Salamu alaikum. Euer Bill Klam. Euer Bill Klam.